Ich habe mir jetzt zwei Skianzüge gekauft. Sieht geil aus. Jetzt bräuchst du noch Skisocken und so eine Art Schal. Habe ich auch gekauft. Sehr nice. Helm und Skibrille würde ich jetzt nicht ausleihen, ja, deswegen muss ich das auch holen. Habe ich. Perfekt. So, dann habe ich mir noch Skischuhe gekauft. Okay, krass. Aber die hättest du auch ausleihen können. Nee, für was? Und ich habe mir noch eigene Skier gekauft. Du hast doch noch eine Tragetasche dafür. Alle, die sind besser als meine. Ja, gibt keine halben Sachen. Aber was, wenn Skifahren gar nichts für dich ist? Ah, was? Safe ist es was für mich, ja. Du weißt doch, ich schlieb im Winter, ja, und Skifahren, das habe ich in zwei, drei Stunden gelernt. Oh, schon kalt, ne? So, ey, ich rolle, ey, 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 was passiert? Ich bleibe, wir bremsen nicht, wir bremsen nicht, hallo. Nee, 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 ich gehe raus, ich gehe raus. Skifahren ist nichts für mich. Wie komme ich da raus?